Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Vlog von mir. Ich stelle mal die Kamera kurz hier hin oder... Ich will das irgendwie immer so ein bisschen anheben. Was geht denn das mit dir? Ich muss euch kurz eine richtig lustige Sache erzählen. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung etc. Aber ich finde es so lustig. Es gab unter meinem letzten Video eine Diskussion zu einem meiner Lieblingstees. Also ich würde sogar sagen, dass das meine Lieblingsteesorte derzeit ist und war es auch schon als Kind. Es schwankt manchmal hin und her, aber gerade liebe ich es unnormal. Hier, südafrikanischer Räubusch-Tee mit Vanille. Ich sage jetzt gerade Räubusch, weil ich so sehr... Also ich liebe das auch mit Karamell und Vanille. Gefällt es mir, glaube ich, am allerbesten. Ich sage das gerade, weil ich in meinem letzten Video Rotbusch-Tee gesagt habe, weil meine Mutter hat es immer so genannt. Und meine Mutter chillt auch voll oft mit Souté. Also sie geht immer in Souté-Läden. Die sind schon per Du und lieben sich und keine Ahnung. Und da haben die auch immer verstanden, was Rotbusch-Tee ist. Die wurden nie verbessert. Ich habe es seit meiner Kindheit gesagt. Und Messma, Leute, zu mir ist gerade ein Paket auf dem Weg. Das ist bei meinem Management angekommen. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Mit einem Brief, wo Messma, persönlich, Messma, Teefirma, hallo, die haben mir geschrieben, dass man auch Rotbusch-Tee sagen kann. Also beschwert euch nicht. Ich wurde so hart ausgelacht in den Kommentaren. Ja, da war ich sehr ein bisschen verwirrt, weil manche sagen irgendwie Räubusch. Da war doch irgendwas Drittes. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Also auf jeden Fall sage ich, Rotbusch-Tee, es ist auch richtig. Also don't judge. Genau. Ich bin gespannt, wenn das ankommt, weil ich habe gesehen, da sind so viele geile Sorten drin. Und ich bin einfach im Tee-Haven. Auf jeden Fall hier mein Teechen. Ich mache immer noch ein, also richtig gerne ein Löffel Honig mit rein. Und dann ist es Pico Bello. Ich will das gerade eine Haarko einwirken. Viel mehr ist es auch gerade nicht passiert. Ganz ehrlich, ihr habt es ja vielleicht gesehen, dass ich jetzt irgendwie nicht mehr so mega aktiv gerade Videos gemacht habe. Das heißt nicht mega aktiv, aber ich habe es schon in meinen Upload-Tage gerade nicht eingehalten. Das liegt einfach daran, dass einfach gerade nichts passiert. Und ich kriege halt das Feedback, dass in erster Linie ihr meine Vlogs feiert. Und ich persönlich gucke Vlogs halt auch am liebsten. Aber ich kann euch doch nicht jedes Mal mein Bildermachen mitnehmen. Oder bei mir so, es passiert halt nichts. Heute hatte ich den ganzen Tag Calls. Also ich hatte drei Calls heute. Die waren sehr, sehr krass. Also ich bin so halb 2021. Startet für mich bis jetzt wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin einfach gespannt. Ich drehe gerade. Wer schreibt mir hier? Es ist doch bestimmt die Ann-Christin. Yes. Leute, ihr wisst gar nicht, wie krass ich mich gerade motivieren musste, meine Sportsachen anzuziehen. Und jetzt endlich wieder Sport zu machen. Also ich habe jetzt, glaube ich, fünf Tage ausgelassen oder so. Ich wollte eigentlich jeden Tag Sport machen, aber ich hatte keinen Bock. Cool, wirkt aber immer noch ein. Und dann dachte ich mir so, wenn ich jetzt gleich eh Haare waschen gehe, dann ziehe ich es jetzt einfach durch. Und ich bin jetzt eure Motivation, euren Schweinehund zu überwinden. Also let's go. Ich mache kein Workout, weil ich habe irgendwie für mich gemerkt, also ich mache kein Workout jetzt irgendwie auf YouTube oder so, weil ich habe gemerkt, dass mich das manchmal schon wirklich unter Druck setzt, wenn ich es nicht auf Anhieb alles schaffe. Ich werde jetzt einfach nur Muskeltraining machen, wie es mir ganz früher mal meine Trainerin damals erklärt hat. Und ja, mal gucken, ob ich das alles noch so hinkriege. Ich versuche es ein bisschen für euch mitzufilmen. Keine Ahnung, ob ich alles richtig ausführe. Ich gucke mir da meine Serie an. Ich kann euch, wenn ihr wollt, auch mal meine Isomatte in der Infobox verlinken. Ich bin jetzt nicht mehr, wie ich kann. Aber wenn ihr nehmt, es ist nichts, dass ich kann. Wenn ihr in, ich weiß, es ist wahr. Ich, es geht nicht mehr, wie ich versuche, wie ich versuche, denn wenn ich deine声ste höre, meine walls schaffe. Don't judge, wenn ich irgendwas nicht richtig ausgeführt habe, aber ich fühle mich jetzt auf jeden Fall schon viel, viel besser. Ich habe jetzt gerade noch Liegestürz gemacht, da weiß ich aber, ich werde sie nicht richtig ausführen, deswegen habe ich sie gar nicht erst reingeschnitten. Aber ja, I'm feeling me good. Und jetzt wird geschauert. Aber ich kann mich nur dabei empfehlen, irgendein Trash-TV-Format oder so anzuschauen, weil ich finde, das lenkt irgendwie am meisten ab, boah, meine ganzen Arme und so brennen gerade voll. It's a good feeling. Und klar, Cardio und so werde ich wahrscheinlich auch angebahrt. Ich dehne mich danach immer noch ganz kurz, beziehungsweise mache so zwei, drei Yoga-Übungen. Achso, und ich mache übrigens von jeder Übung immer 3x20. Halt das immer interessant. Fresh out of shower, gekämmte Haare. Ich habe aber richtig viele Pflegeprodukte reingemacht. Ich habe jetzt von 2021 noch so einen Booster, den ich mir immer auf meine Kopfhaut mache. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht warum, also irgendwie das Gefühl, ein Haarwachsen besser denn je. Also liegt wahrscheinlich zu sehr, sehr viel Prozent immer noch an den Haarkapseln und an der nicht vorhandenen Blondierung, aber mehr in den richtigen Produkten, dass die Haare gesund und energised macht. Ach, keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall hatte ich gerade einen Clubhouse-Talk mit Caro. Wir haben so einen Pussy-Talk-Talk gemacht und am Ende ist es irgendwie vorausgeartet. Ich habe aus Versehen jemanden als Moderator eingestellt, so einen Typen, den wir nicht kannten. Und dann haben wir aus Versehen so eine Kuppelrunde gestartet. Das war mega lustig. Also schreibt mir mal in die Kommentare, wenn einer von euch dabei war. Clubhouse ist ja jetzt gerade so eine App, wo man leider nur mit Invitations reinkommt, glaube ich. Oder man kann sich bewerben und dann kann jemand einen reinlassen oder so. Ich check das auch nicht so ganz. Ich wurde zum Glück reingelassen. Das ist zum Glück. Also ich finde, es macht... Man hat halt zu, aber man... Also wenn ich jetzt nicht da immer selber reden würde, würde ich es, glaube ich, nicht benutzen. Ich rede halt immer nur, weil so viele Freunde von mir da auch drin sind. Also ich glaube, so viel verpasst man nicht. Also ich... Keine Ahnung. Es macht für mich Spaß, weil so viele meiner Kontakte da drin sind und ich mit einer Gruppe sozusagen so einen Talk haben kann. Theoretisch könnte man sich halt auch untereinander anrufen. Aber das Coole dort ist halt, dass du so siehst, wer in welchem Raum redet. Und dann kannst du einfach joinen und mitreden. Und es ist ja irgendwie schon ein bisschen awkward, immer sich so fest anzurufen. Also da kann man halt so switchen zwischen Gruppen. Ja, okay. Wattla war ich. Das sind meine Haare. Ich werde die morgen erst blätten. Ich habe ein super passendes Outfit an. Aber I don't care. In dem Chat hat mir gerade eine so leid getan, weil wir meinten halt, wir machen so eine Kuppelshow und dann sollte sich so ein Typ jemanden aussuchen. Und hat sich so eine irgendwie, hat eine in der Hand gehoben, aber er hat sie dann so voll ignoriert. Und dann musste ich einfach eingreifen und habe so gesagt, Alter, du hast gerade so reingeschissen, das ist so unsympathisch. Habt ihr wieder gekickt. Ich glaube, ich war heute ein bisschen zu eiskalt, aber ich kann das nicht. Ich hasse es, wenn jemand so ist. Die Curly Girl Polizei wird jetzt wieder sagen, oh mein Gott, warum hast du sie gekämmt? I have to. Ich liebe du gekämmte Haare. Guten Morgen, Leute. Ich glaube, ich habe jetzt mal so eingestellt, dass der Händler drin umschreift ist. Ich bin mir gerade unsicher. Ich habe übrigens, habt ihr das gemerkt, versucht, meinen Weichzeichner auf die niedrigste Stufe zu machen. Weil ein bisschen Weichzeichner finde ich irgendwie ganz cute. Viele haben sich ein Schwert. Ich glaube, ich hatte ihn einfach zu doll an. Die heißt Schokolade. Delicious. Wir haben einen Frühstück bestellt. Das ist jetzt gerade angekommen. Ich habe mir gerade meine... Also, ich zeige euch mal kurz die Gesichtsroutine, die ich jetzt gerade mache, okay? Keine bezahlte Wärmung. Also, ich mache immer entweder von Acne Derm das zuerst. Weil ich schminke mich zurzeit mit Aschminktüchern ab, weil ich es einfach gerade gerne mag. Ich weiß, man soll es nicht, aber egal. Und morgens nehme ich dann immer noch den Rest da mit runter. Oder hier. Das mache ich. Also, entweder das oder das. Ich glaube, beides ist auch relativ ähnlich. Auf jeden Fall finde ich beides gut. Heute habe ich das hier genommen von Paulas Choice. Ist das BHA Liquid Exfoliant 2% Skin Perfecting. Keine Ahnung. Das hat mir meine Schwester geschenkt. Und ich finde das wirklich richtig gut. Und das sehe ich auch immer bei diesem X-Skincare. Dann habe ich danach hier ein Pore Refining Serum. Weil ich will unbedingt, dass mir eine Poren ein bisschen zurückgehen. Weil ich habe wirklich mit der Zeit größere Poren bekommen. Hatte ich früher nicht so mega stark. Und ich habe das Gefühl, es wirkt schon ein bisschen was. Das ist von No Cosmet, No Makeup. Ja, auf jeden Fall ist das so ein Pore Refining Serum. Danach mache ich von Drunk Elephant hier dieses C-Firma. Das habe ich euch schon mal gezeigt. C-Serum drauf. Danach mache ich das Hydra Serum drauf. Und danach, weil das Sonnenschutz mit drin hat. Und man soll eigentlich 50, glaube ich, fürs Gesicht drüber machen. Aber bis jetzt habe ich noch keinen geilen Sonnenschutz. Also wenn ihr geilen Sonnenschutz fürs Gesicht für den täglichen Verbrauch kennt, her damit. Because I don't know. Ich habe mir ja das hier geholt mit Sonnenschutz Blue Therapy. Davon habe ich ja schon meine Nachtgesichtsmaske. Und das hat SPF 25. Warum hast du mich gefragt, ob ich die Milch will? Also du hast zwar keinen Kaffee gemacht, oder? Ich habe eine heiße Schokolade. Auf jeden Fall, wo Frühstück bestellt ist, ist es jetzt angekommen. Und was ich auch gerade noch sagen wollte, weswegen ich eigentlich die Kamera gemacht habe. Ich habe so in so einem Paket, weil wir haben ja dieses Parfumgenie, das immer so einen Raumduft in einem Wohnzimmer macht. Was übrigens wirklich mega gut ist. Also alle, die damit spielen, das zu kaufen. Ich kann es nur empfehlen. Da war sowas hier dabei. So eine Relax-Handlotion. Und die riecht so ultra gut. Ich freue mich immer richtig, das auf meine Hände aufzutragen. Und ich hasse eigentlich Handcreme. Also das riecht wirklich mega, mega geil. Ritual. Ich habe mir hier schon Tee gemacht. Und so, weil ich nicht wusste, wie lange es mit dem Essen dauert. Und wie ihr gerade gehört habt, eine heiße Schokolade. Ich werde mich jetzt ins Wohnzimmer begeben und essen. So, ich habe hier Lachs mit Avocado. Es riecht ein bisschen mehr zu Zitronen. Ich mag das nicht, wenn Guacamole so mega zitronig ist. Egal. Dann habe ich mir noch hier noch meinen Tee gemacht. Und ja, so einen Orangen-Karotten-Apfelsaft. Und Marcel hat das. Ich muss kurz ein bisschen leiser reden, weil Marcel gerade im Hintergrund Podcast aufnimmt. Aber schaut mal, was hier Geiles angekommen ist. Ich habe mir hier so ein Gemälde machen lassen. Und Schubertus Specht. Wie süß ist dieses Bild bitte, Leute. Ich liebe es so sehr. Und es passt hier perfekt in unsere Bilderwand. Schubertus Specht. Das ist so gut gemacht. Das habe ich auf so einer Seite erstellt. Die heißt Pet Printed. Ich muss aber sagen, ich habe genau einen Monat drauf gewartet. Also es hat schon so lange gedauert. Es waren zwar auch Weihnachtsfeiertage und so dazwischen. Aber einen Monat ist schon wirklich hart. Also, ja, I don't know. Ich habe den sogar mal auf Instagram geschrieben. Und der so, hallo? Wurschmäle Bestellung. Aber it's there and I'm very happy about it. Ich habe dafür, glaube ich, 60 oder 70 Euro ausgegeben. So, ich muss jetzt gerade eine Story vorproduzieren. Manche haben bei Kunden Sachen vorher zur Abnahme haben. Deswegen habe ich mich heute so gefühlt schon das 18 Mal am Tag umgezogen. Aber let's go. Ich fühle mich irgendwie gerade freuen. Leute, ich hatte ja voll den Oberarm komplex. Ich habe irgendwie das Gefühl, durch meine ganzen Liegestütze, die ich jetzt ab und zu mache, ist es schon ein bisschen besser geworden. Also es ist nicht mehr so ganz... Nicht mehr so ganz speckig. Ich hätte ja am liebsten Arme wie Diana zu lösen. Ich sage, wie es ist. Die hat geile Arme. Naja, jetzt mache ich mal kurz eine Story. Hier mit meinem Schattif. Let's go. Park ist geschafft. Es ist genauso viel passiert eigentlich... Oh nein, eigentlich mehr passiert. Ich hatte wieder ein paar Termine am Telefon. Ähm, coole Informationen. Sorry, ich gucke mir da hinten irgendwie gerade so eine Hawaii-Kollektiv-Doku an. Äh, ich mache jetzt wieder eine Kontaktlinie. Ich habe mir gerade eine Leckerli gegeben. Er liebt immer so... so Knochen, wo Chicken rumgewickelt ist. Mein Akku ist auch leer. Perfekt. Dann ladet es gleich mit Akku. Ich nehme euch morgen auf jeden Fall noch mit. Dann kommt das Video Sonntag online. Ich habe mal diese kleine Break ein bisschen gebraucht. Ich hatte irgendwie gar keine Motivation gerade. Man sieht... Also ich sehe auch super wenige Videos, die mich persönlich interessieren. Das ist dann... Ich glaube, es geht einfach gerade super vielen Leuten so. Schalom. Wunderschöner Anblick, mich am Morgen zu sehen, oder? Ich gucke mal, das ist jeden Morgen, wenn wir essen. Schaut's, grüß mal Saison. Tee Heaven, Leute. Ich habe jetzt so eine aufgefüllte Schublade. Mich fragen immer super viele, ähm, woher ich diese Tee-Dinge habe. Ich weiß nicht, weil meine Mutter, die hat, ich glaube, von Aldi oder so, ähm, hat sie mir irgendwann mal geschenkt. Und ich glaube, zum Einzug. Ich kann euch aber auf jeden Fall mal ähnliche in der Infobox verlinken. Und jetzt mache ich mich mal ready. Also erstmal muss ich gerade eine Arztüberweisung machen. Ich war beim Zahnarzt. Das ist ja komplett nach hinten losgegangen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte schon kennt, aber ich habe eigentlich auch keinen Bock, jetzt nochmal darüber zu reden. Ich, ähm, habe ja eine Krone. Ach, Leute, ich habe keinen Bock, darüber zu reden. Wenn ihr meine Story gesehen habt, wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall hat mich der, hat mich jetzt ein neuer Zahnarzt, der jetzt mehr hier in der Nähe ist, gescannt. Und der meinte dann, nee, die Krone wurde falsch eingesetzt. Und dann muss ich die nochmal rausnehmen. Und ich war so, bruh, ich werde mir jetzt auf jeden Fall noch eine, ähm, Zweitmeinung einholen. Ich habe aber absolut keinen Bock. Also wirklich, ich muss mich so krass überwinden, Arzttermine zu machen. Ihr glaubt es nicht. Dann habe ich mich schon überwindet. Dann war es eine scheiß Neuigkeit. Obwohl ich eigentlich nur zur Zahnreinigung war, wisst ihr? Ich habe Zähne reinigen lassen, was übrigens ohne mal weh getan. Ich konnte den ganzen Abend nicht mehr essen. Aber es lohnt sich trotzdem. Leute, ich benutze immer Zahnseite. Hat er dann meinen Mund nochmal gescannt. Er meinte, das macht man als Privatversicherter irgendwie alle zwei Jahre. Und dann hat er gesagt, er hat noch nie so eine schlecht gemachte Füllung gesehen. Und ich war so, also nicht Füllung, sondern ich habe ja eine Wurzelbehandlung bekommen. Ach, naja, auf jeden Fall. Meinte er, er würde sie rausnehmen. Und ich war so, und erneuern. Und ich habe schon den Kostenvoranschlag bekommen. Und das soll 1400 Euro oder so kosten. Es ist zum, also ich habe für meine 600 bezahlt, glaube ich. I don't know, vielleicht kennt sich ja jemand aus. Leute, ich zeige euch mal kurz was. Und das war, seht ihr hinter mir, Marcelo. Und ihr seht, einen bemalten Spiegel. Den habe ich bemalt, weil ich, ich kündige es jetzt einfach hier in diesem Vlog an, weil die sollten, also heute hat es schon gestartet. Ich stelle es mir hier mal wieder hin. Schaut auf jeden Fall gerne bei Instagram vorbei. Ich mache nämlich meinen Loop Samba weiter. Ich habe hier Loop Samba gemacht. Das heißt, ich habe jede Woche eine Verlosung gemacht. Also die, die gewinnen wollten, mussten einfach immer ein Bild von mir nachstellen, was ich immer gepostet habe. Das Ganze werde ich jetzt einmal im Monat machen. Das heißt, es wird zwölf Verlosungen dieses Jahr geben auf Instagram. Es wird vielleicht noch mehr zwischendurch geben, aber Loop Samba Foto Challenge Verlosungen. Ich finde, das Thema passt einfach sehr, sehr gut zu mir. Und ich werde auch dieses Mal schon was Cooles verlosen. Und zwar Preset-Gutscheine von meinem Preset-Shop. Muss ich jetzt die Werbung einblenden, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann der Gewinner einen 100 Euro Gutschein gewinnen und die zweiten, dritten und vierten Platzierten, vier Leute werden gewinnen, kriegen einen 50 Euro Gutschein. Ich bin mega gespannt, was ihr dazu sagt. Ich hoffe, ihr freut euch. Also die Nachfrage war wirklich so geisteskrank, extrem hoch. Und ich habe auch schon den einen oder anderen Influencer beobachtet, die da die Idee nachgemacht haben und sie jetzt ihre verkauft haben. Ich meine, klar kann jeder auf die Idee kommen, aber wenn es dann Leute sind, die sogar meine Challenges kommentiert haben, dann frage ich mich so, gib Credits drüber. Aber ist ja auch egal. Ich nenne hier keine Namen und so, weil ich mich auf gar keinen Fall in der Position sehe, jetzt hier irgendwen zu roasten, weil im Endeffekt ist es halt nur eine Foto-Challenge und ich habe auch nicht die Challenges erfunden. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn meine Loops-Crew dadurch noch mehr zusammenwächst. Wie gesagt, schreibt immer Hashtag Loops-Crew unter eure Fotos. Und ich weiß gar nicht, ob ich mir schon einen Namen für die Challenge ausgedacht habe, weil ich muss sagen, ich struggle damit richtig rum. Loop-Semba hat sich so ergeben, aber es muss ja ein Name sein, der jeden Tag, also jeden Monat funktioniert. Und ich bin echt extrem stolz, ich habe einfach mit meinen natürlichen Haaren Fotos gemacht. Ich weiß, für die meisten klingt das so weird, aber ich fühle mich langsam wohl. Das kann ich jetzt vielleicht auch nochmal sagen, mir ist voll was aufgefallen. Und zwar habe ich so eine neue App enttäckt, die manchmal so ein bisschen so ein Polaroid, das heißt Das Cam, da wackeln die Bilder so hin und her. Und dann wollte ich das so mit ein paar Bildern machen, bin so durch meine Fotos gegangen. Und irgendwie bei keinem Foto, wo ich die langen, blonden Extensions habe, fühle ich mich. Also es fühlt sich einfach an, als wäre das so eine richtige andere Person, die sich selber nicht kennt und versucht hat, in so ein bestimmtes Schema reinzupressen. Also ich bin das einfach null. Ich bin null Prozent die Blond-Extension Sunny Loops. Ich bin das einfach nicht. Und wenn ihr mich seitdem kennt und verfolgt und jetzt irgendwie traurig seid, dass ich nicht mehr blond bin, das war eine so große Angst von mir, meine Haare gesund werden zu lassen und dann irgendwie, keine Ahnung, meinen Wiedererkennungswert zu verlieren. Weil ich glaube schon, dass ich super viele Follower dazu bekommen habe, in der Zeit, wo ich lange blonde Haare hatte. Ich glaube einfach auch, dass lange blonde Haare so ein catchy Ding sind. Und vielleicht fühle ich es irgendwann wieder. Aber gerade fühle ich einfach den Natural Vibe so sehr. Ich überlege mir tatsächlich sogar, die Haare noch dunkler zu färben. Aber ich mache das, ich lasse, das ist sehr healthy, okay? Thank you. Ich kriege von euch auch nur positives Feedback. Also ich glaube, ich habe noch nie so viel positives Feedback zu meinen Haaren bekommen. Ich bin auch so unfassbar dankbar. Aber auf jeden Fall, ich fand es so krass, dass ich irgendwie mich wirklich nicht mit den Extensions... Ich mag vielleicht auch daran, dass die Extensions wirklich sehr plakativ waren. Die sahen wirklich überhaupt nicht natürlich aus. Man hat irgendwie fast immer den Übergang gesehen und so. Ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun. Früher dachte ich aber einfach, ich funktioniere nur mit langen Haaren. Und ich könnte mich niemals wohlfühlen. Und jetzt fühle ich mich wohl. Und es ist immer noch ein stetiger Prozess. Aber langsam gewöhne ich mich dran. Und ich bin froh, dass ich immerhin diese Zuhausezeit dafür nutzen kann, gerade mich so mäßig wieder mit mir selbst anzufreunden. Weil ich glaube, ich habe mich wirklich in so eine kleine Idealvorstellung reingezwingt. Und ich muss sagen, es war wirklich so, so schwer für mich mit meinen Haaren, weil ich war irgendwie nur davon abhängig zum Friseur zu gehen. Weil ich konnte mir die Tapes ja nicht selber reinmachen. Und immer wenn die rausgewachsen sind, war ich einfach darauf angewiesen, wieder einen Termin zu haben beim Friseur, um meine Haare machen zu lassen. Und das war irgendwie so eine dauernde Stresssituation. Weil ich einfach, ich war einfach so auf andere angewiesen, um mich selber gut zu fühlen. Und ich bin einfach so froh, dass ich davon weggekommen bin. Und vielleicht ermutigt euch das ja auch irgendwie, vielleicht so ein bisschen wieder zu euch selber zurückzufinden. Und ich bin ja noch lange kein Natural Mensch. Ich trage auch ab und zu mal Selbstbräuner. Ich schminke mich so. Also, aber es ist irgendwie so wichtig für mich, habe ich gemerkt, gesunde Haare zu haben. Das habe ich einfach super, super lange unterschätzt. Und das, und Leute, wenn ihr Bock habt, eure Haare zu blendieren, tut es. Bei mir sind sie nur so kaputt gegangen und so komisch. Und ich habe sie aber wirklich auch sehr viel heller als mit einer Vorfarbe gemacht. Immer der ständig rauswachsende Ansatz und so, das nervt. Das müsst ihr euch einfach so, wisst es. Und dann könnt ihr ja damit dealen, wie ihr wollt. Mir war es eine Zeit lang sehr egal. Aber dadurch bist du halt auch so abhängig vom Friseur wegen. Immer Strähnchen machen oder Ansatz färben und keine Ahnung. Aber wie gesagt, einmal blondieren wird nicht schlimm sein. Zweimal blondieren wahrscheinlich auch nicht. Aber ich habe meine, glaube ich, zwölf oder dreizehn Mal aufgehellt, Leute. Und davon irgendwie zehn Mal selbst. Und da ist es wirklich kein Wunder, dass meine Haare dann irgendwann so kaputt waren und mich so unruhig gemacht haben. Umso zu vieler bin ich jetzt. Und mein Stopp, so Roboter. Hat auch Bock mitzureden. Ich würde sagen, ich beende diesen Vlog an dieser Stelle, weil es nicht super viel. Aber immerhin ein paar Infos. Und ich werde jetzt wieder öfter vloggen. Ich weiß, ihr vermisst meine Vlogs. Und deswegen, I got you. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bye.